Hier kommt auch da hoch, Kampfkraft bei 79. Da müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir das richtig hoch pushen hier. So, dann noch ein Sägewerk, der genug zu tun hat, das Sägewerk war. Boah, der Navgret ist richtig der Pionier. So, such mal. Da war anscheinend ein Spion, alles klar. Da liegen schon wieder so viele Waffen in der Reihe. Wenn ich bringe die Waffen in die Lage. So, dann noch eine Spitzhacke. Und sich das mal lohnt, eine neue Spitzhacke zu machen extra. Weiß ich gerade gar nicht. Ah doch, machen wir mal eine. Eine würde sich noch lohnen, denke ich mal. So, bringt da alles schön in die Kaserne und in die Lage rein. Damit wir ein bisschen Platz hier haben. Ich werde nur noch ein paar Lager bauen, das würde sonst gar nicht reichen. Vor allem mit dem Gold wird es so richtig hab ich. Ich weiß noch gar nicht wohin mit dem ganzen Zeug sonst. Die sind sehr schön. Ich werde auch Soldaten zu rekrutieren. Das sind so wenig Leute. Sehr schön, dass ich alle zu Soldaten werden wollte. Alles klar. Da wollten die sich einfach mal durchdrängeln. Oh, da fehlen 25 Steine. Also die Bähnen werden bald arbeiten können. Hier passiert noch nichts. Das ganze Bier liegt jetzt auch in der Brauerei. Ich habe auf jeden Fall einen guten Schub an Soldaten bekommen. Das Problem ist halt bloß die ganzen Träger rekrutieren sich jetzt zu Soldaten. Das wollen wir doch aber nicht. Wir wollen das die Steine transportieren. Hm. Also Steine haben wir wenigstens erstmal wieder genug. Wird reichen fürs Erste. Da ist noch ein bisschen was an Steinen. So. 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 Ganz schön nach oben schicken die Steine. Äh. Steine sind schon diese Soldaten. Na kommt schon. Macht mal hohe Priorität hier. Scheiße erst mal da hoch Meinetwegen lagert diese Waffen ein Schon wieder Stress machen die Asiaten? Na sonst versuchen nicht So, dann macht mal So, wenn ich jetzt hier meine Stärke ankomme Oh, da waren schon viele Und die hohen schon wieder ab Alles klar Und schon die hohen schon wieder ab Ich könnte da wieder nach oben ziehen Hier bleibt hier Ein paar Lazarette bauen Hier oben passt gar kein Sinn Okay Nun gut Dann müssen die sich eben da heilen 16 Steine noch Ja Und wenigstens kommen noch richtig viele Steine Jetzt Das ist sehr gut Da ist Und da eine Der Bäcker kriegt kein Getreide mehr Ja, na gut Alles jetzt bei den Getreidefarmen Die Brote liegen wenigstens noch da Was fehlt? Spitzhacke Ich warte eigentlich noch Ich warte eigentlich noch darauf Bis die hier inner mal Keine Steine mehr hat Ich denke mal Ich denke mal der hier wird jetzt noch ein, zwei Steine da abkloppen Und dann ist das vorbei So lange kann ich jetzt auch noch warten Der bekommt jetzt auch schon einen Stein Ah toll Da ist mal eins fertig Und los Waffen sind auf jeden Fall eine Menge da Und danach eigentlich schon gleich wieder zwei Wohnhäuser bauen Bringt ja alles schon gar nichts mehr hier So die kann ich ja auch schon mal freischalten Im Moment Die auch mal langsam gebaut Und der rekrutiert sich auch noch Okay So Waffen haben wir jetzt auf jeden Fall genug Schade Schade dass sie das nicht ins Lager Kohle, Eisen, Herz und Gold ey Jede Mine ist voll Fisch ist auch da Der kriegt auch noch Fisch ran Waffen Eben dauert es natürlich noch ein bisschen Ein bisschen zaubern können Dadurch dass wir hier nichts haben gerade Ich hab bloß nicht vergessen die Heidekasern wieder anzustellen Das wäre sonst ein bisschen doof So wie viele fehlen da noch So wie viele fehlen da noch Ah das Elbo ist gleich fertig Wunderbar Zwei Steine noch Dann das hier noch Dann das hier noch Kann ja auch gut zu tun hier So der letzte Stein ist jetzt auch da Wunderbar Wunderbar Weiterackern los Wunderbar 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 Das geht ja So das können wir wieder freischalten Aber es ist hoch. Hier. Lass die erstmal hier reinkommen. Jetzt können wir sie ganz in die Luft weg machen. Jetzt können wir alle angeschissen. Jetzt können wir die Bogen schützen. Ach, da können wir die Bogen schützen. Die Bogen schützen nach vorne. Das geht nicht. Oh mein. Hier bleibt man schön im Land. Okay, Priesterle, du stellst dich mal hier hin, damit ich dich noch im Blick habe. So, dann warten wir erstmal, bis diese Daten da alle sind. Da wird jeder Träger jetzt laufen. Das ganze Gold, das muss auch noch in die Lager geschafft werden und alles. Ey, 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 ey. Das Bier muss auch noch in die Lager geschafft werden. Auf jeden Fall einiges zu tun. Oh Gott, das war's schon. 113, okay. Er findet noch ein bisschen Stein, okay. Eigentlich müsste er schon alles abgepobelt haben. Soll er die zwei Steine noch machen? Noch mehr jetzt? Oh, die Steine sind alle dran. So, ihr versammelt euch mal da. Ich sag ja, wir brauchen richtig viele Wohnhose hier, damit wir noch zur Wanne kommen. Das sind zu wenig. 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 Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Getreidefarm. Das sind zu wenig. Ich kann es nicht mehr sehen, ob ich es nicht mehr sehen kann, ob ich es nicht mehr sehen kann.